Montag, der 10. Dezember, eine neue Woche bei Finance TV, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Nicht nur für uns, sondern auch für das Fintech Credit Shelf geht ein sehr ereignisreiches Jahr zu Ende. Das Unternehmen ist im Juli an die Börse gegangen und hat dort große Pläne verkündet. Es ging darum, die Finanzierungspalette zu erweitern und viele, viele neue Kunden zu gewinnen. Wir fragen heute mal nach, ob das alles so geklappt hat und wie es mit dem Plänen im nächsten Jahr aussieht. Bei uns im Studio ist der Gründer und Vorstand des Unternehmens. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Bartsch. Ja, herzlich willkommen ebenfalls und vielen Dank. Fünf Monate nach dem Börsengang. Was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Veränderung, die der IPO Ihrem Unternehmen gebracht hat? Also zunächst muss man natürlich erst mal sagen, dass überhaupt die Tatsache, dass wir an die Börse gegangen sind für unser Unternehmen, schon ein sehr, sehr großer Schritt tatsächlich war, ein sehr, sehr großer Erfolg. Wir sind alle hoch zufrieden mit dem Ergebnis und vom Grundsatz her, was wir natürlich mittlerweile merken, ist, dass der Markt viel, viel aufmerksamer auf uns schaut und gleichermaßen durch eine, ich sag mal, etwas gestiegene Aufmerksamkeit auch auf der Kundenseite wir schon deutlich mehr Geschäft auch anziehen. Man merkt ja noch an verschiedenen Stellen, dass Sie in einer sehr jungen Unternehmensphase sind. Sie sind erst vor einigen Jahren gegründet worden. Was man zum Beispiel gesehen hat im Sommer ist, dass der Investor Rolf Elgeti zu diesem Zeitpunkt noch 40 Prozent der Kredite gezeichnet hat, die über ihre Plattform abgewickelt wurden. Und Ziel war es ja auch, durch das anstehende Unternehmenswachstum die Abhängigkeit dieses einzelnen Investors zu reduzieren. Haben Sie da Fortschritte gemacht? Es ist grundsätzlich so, dass wir natürlich in Gesprächen sind mit einer ganzen Reihe von institutionellen Investoren, die über unsere Plattform investieren und da mittlerweile auch schon weit mehr auf der Plattform haben, als es noch vor einem halben Jahr der Fall war. Deswegen ja, die Bedeutung jetzt von Herrn Elgeti wird an der Stelle sicherlich sukzessive zurückgehen. Und es sind immer weitere institutionelle Investoren, die sich für unsere Asset-Klasse tatsächlich interessieren und letztlich auch mit uns ins Geschäft einsteigen. Sind da auch Großinvestoren dabei, die einen hohen Millionenbetrag dann schon gleich mobilisieren bei Ihnen? Ja, das ist eigentlich mittlerweile durchaus üblich, dass wir mit Institutionellen sprechen. Das können spezialisierte Fonds, Asset-Manager oder auch Banken sein in bestimmten Fällen, die letztlich keinen direkten Zugang haben zu der Anlageklasse deutsche Mittelstandskredite, die im Grunde Originatorenplattformen wie uns suchen, die diese Kredite im Grunde vorprüfen und investierbar machen, über verschiedene Formate auch an der Stelle. Und insofern bieten wir da ein sehr, sehr interessantes Produkt. Und ja, um die Frage zu beantworten konkret, das sind dann wirklich auch Investoren, die dann teilweise mit deutlich zweistelligen Millionen-Commitments dann auch mit uns zusammenarbeiten und sozusagen unserer Plattform auch helfen, auf der Finanzierungsseite, sprich dort, wo das Kapital ist, den nächsten Schritt zu machen. Was wächst bei Ihnen denn im Moment schneller? Die Nachfrageseite der CFOs, die Finanzierung über Credit Shelf anfragen oder die Commitments der Investoren, die diese Finanzierung zur Verfügung stellen? Jetzt muss man vielleicht, wenn Sie den Begriff CFO sagen, auch durchaus nochmal ein kleines bisschen relativieren. Wir bedienen natürlich Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung. Da sind sicherlich Unternehmen dabei, die auch schon sehr gewachsene Corporate-Strukturen haben, inklusive einer Treasury und einer Abteilung, wo ein CFO drüber steht. Aber natürlich auch kleinere Unternehmen, wo wir dann teilweise wirklich auch kaufmännische Leiter eher haben, respektive wo die Finanzfunktion teilweise auch noch in Geschäftsführerhand liegt. Um die Frage konkret zu beantworten, ist es so, dass wir tatsächlich momentan auf der Kapitalseite eher ein bisschen long sind. Also relativ gesehen ist der Engpass im Grunde eher die Kreditnachfrage, wobei ich sagen muss, dass wir mit der Nachfrage von Krediten extrem zufrieden sind. Wir haben in den ersten neun Monaten in diesem Jahr über 700 Millionen Euro an Kreditanfragen verzeichnet, die wir über unsere Plattform prozessiert haben. Leider können wir nicht in allen Fällen tatsächlich auszahlen, weil natürlich, wie gesagt, wir machen die Analyse. Man muss auch schauen, was davon ist wirklich am Ende vom Tag Kreditgeschäft. Aber um das Ganze nochmal in Relation zu setzen. Wir haben in den ersten neun Monaten in diesem Jahr, was das Anfragevolumen betrifft, im Grunde die Hälfte der gesamten Finanzierungsanfragen, die wir seit Bestehen von Credit Shelf haben. In den ersten neun Monaten haben wir davon die Hälfte gesehen. Das heißt, wir wachsen unheimlich dynamisch, was oben die Kreditnachfrage betrifft. Und das ist aus unserer Sicht ein sehr, sehr positives Signal. Was für Trends beobachten Sie denn gerade auf Ihrer Plattform, was die Finanzierungsarten angeht, die nachgefragt werden und auch die Losgrößen, wie die sich entwickeln? Ja, also wir stellen natürlich fest, wir sind in einem Marktumfeld, was natürlich durch gewisse exogene Faktoren getrieben, immer noch extrem kompetitiv, beziehungsweise wo wir ein Zinsumfeld sehen, was extrem tief ist, auch ein Margenumfeld, was tief ist. Das haben wir in diesem Jahr auch nochmal insbesondere gesehen, dass tatsächlich da Druck drauf ist. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Unternehmen versuchen, sich dieses Zinsumfeld jetzt durchaus nochmal ein bisschen länger zunutze zu machen. Das heißt, die Anfragen, die wir sehen, werden tendenziell ein bisschen länger. Gleichermaßen steigen auch die Finanzierungshöhen. Das hat damit zu tun, dass wir auch unser Produkt ausgeweitet hatten in diesem Jahr. Wir sind ja mittlerweile bei 5 Millionen Euro maximale Kreditlosgröße. Insofern haben wir gesehen, in den ersten neun Monaten in diesem Jahr jetzt ein Durchschnittskredit auf unserer Plattform von knapp über 600.000 Euro. Und insofern sind wir da auch nochmal etwa 20 Prozent gewachsen gegenüber den neun Monaten im Vorjahr. An welcher Phase der Unternehmensgeschichte, die Sie gerade stehen, sieht man jetzt auch an den Geschäftszahlen, die Sie jetzt neuerdings regelmäßig vorlegen müssen. Nach neun Monaten steht da lediglich ein Umsatz von 1,5 Millionen Euro zu Buche, allerdings bei einer Wachstumsrate von über 100 Prozent. Bei welcher Umsatzgröße liegt denn so in etwa die Break-Even-Schwelle für Credit Shelf? Gut, wir haben immer gesagt, wenn wir perspektivisch nach vorne schauen, ist unser Ziel, dass wir 500 Millionen Euro an Krediten machen möchten pro Jahr. Das heißt, es wird in der mittleren Frist erreicht werden. Und das ist sicherlich ein Bereich, wenn Sie das mal umsetzen, sozusagen in Umsatzerlöse, die dann nebendran stehen, in dem man dann auch Break-Even sein kann mit so einer Plattform. Momentan, was wir sehen, sehr, sehr starkes Wachstum, wie Sie richtigerweise sagen. Und für uns steht primär jetzt im Vordergrund, auch im kommenden Jahr, dieses Wachstum weiter umzusetzen, dieses Wachstum sozusagen weiter auch anzuschieben und zu befeuern. Und insofern steht für uns die Profitabilität, was jetzt das kommende Jahr betrifft, vielleicht noch nicht im Vordergrund. Wird sich für Ihre Kunden 2019 etwas verändern, was Ihr Angebot angeht oder die Gestalt der Plattform? Vom Grundsatz her haben wir gesagt, es gibt drei wesentliche Quellen, wie wir unser Wachstum abbilden möchten. Das erste ist organisches Wachstum. Das heißt, wir werden mit bestehenden Produkten und letztlich zusätzlichen und neuen Kunden natürlich auch die Plattform weiter wachsen lassen. Gleichermaßen sprechen wir über signifikante Bankenkooperationen, wo wir Banken entweder auf der Investorenseite oder im, sage ich mal, Zuführgeschäft mit uns arbeiten. Und das dritte ist sicherlich auch das Thema Produkterweiterung, worauf Sie hinaus wollen. Das heißt, wir gucken uns alternative Produkte an. Ein Stichwort sei hier auch das Thema Factoring genannt, weil wir einfach feststellen, es kommen mittlerweile so viele Unternehmen zu uns. Finanzierungsbedarf ist immer der Aufhänger. Und nicht in allen Fällen ist möglicherweise ein klassischer und dinglich unbesicherter Kredit das richtige Lösungselement für den Kunden. Und einiges, was wir weiter beobachten müssen, was wir gerne tun. Danke schon mal bis hierhin, Herr Bartsch. Zum Schluss noch drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Die erste schließt direkt daran an. Werden Sie schon 2019 eine neue Finanzierungsart, beispielsweise Factoring, in Ihr Angebot aufnehmen? Davon gehe ich aktuell sehr stark aus, ja. Die zweite Frage. Wird Credit Shelf 2019 ähnlich stark wachsen wie in diesem Jahr? Auch davon gehen wir aus, weil wir einen sehr, sehr spannenden Markt vor uns haben, der wirklich enorm groß ist, wo wir gerade erst ganz, ganz am Anfang stehen in der Penetration. Deswegen gehen wir davon aus, dass dieses starke Wachstum auch im kommenden Jahr weiter anhalten wird. Und die letzte Frage. Planen Sie die Kredithöchstgrenze, die aktuell bei 5 Millionen Euro liegt, dieses oder im nächsten oder übernächsten Jahr weiter anzuheben? Ich glaube, dass das interessant sein könnte, aber wir haben momentan noch keine direkten Pläne in diese Richtung. Dann fragen wir in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal nach, ob sich da vielleicht was getan hat. Ich vermute mal ja, bei der Dynamik 100 Prozent Wachstum. Danke, dass Sie bei uns waren, Herr Bartsch. Viel Glück beim weiteren Ausbau der Plattform und im Kontakt mit Ihren Kunden. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen bei Fallens TV heute. Am Freitag haben wir wieder einen CEO hier, und zwar den CEO der Unternehmensberatung Wart & Klein, der berichten wird, wie sich das Unternehmen im Wettbewerb mit den Big Four und den angrenzenden Next Ten im nächsten Jahr positionieren will. Spannendes Interview. Schauen Sie rein. Und bis dahin eine gute Woche. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017